Queen Elisabeth, welcher Mini-Royal ihr Lieblings-Urenkel? Royal-Expertin Ingrid Seward äußert sich gegenüber Sissan zu der besonderen Beziehung. Die Queen Elisabeth, 96, zu ihren Urenkelkindern hatte. Laut der Expertin wollte die Königin so viel Zeit wie möglich mit ihren jüngsten Familienmitgliedern verbringen. Einen Liebling hatte die Monarchin auch, so die Expertin. Im Kreise ihrer Liebsten fühlt sich Queen Elisabeth besonders wohl. Dabei verbrachte sie offenbar am liebsten Zeit mit ihren Urenkel, Innen. Und die Mini-Royals sollen sogar einen Spitznamen für ihre Ur-Oma gehabt haben. Wie die Monarchin den Kleinen das Gefühl gab etwas Besonderes zu sein und wer ihr Liebling war, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, Tesun Kouk für ein Zuge und Anerkennung für die Wirkung. Decke ist hier noch auf die Zeugung. Mit der Eigenschaft Lenders ist ein Zuge und Anerkennung für ihre Ursache. Verwendete die Blume im Taliban-Van. Verwendete, was sie mit ihr mit ihrem Urenkel? Verwendete Kouk eine andere Wirkung erinnert sich um, Was Führer? Verwendete Kouk Verwendete Kouk Vielen Dank.